Video auf dem Teamkanal. Heute mal was ganz ganz anderes und zwar heute stellen wir euch ein bisschen den Clan vor und sagen euch wie ihr den Clan joinen könnt. Auf jeden Fall etwas zu uns, wir sind das Team Excusion. Die meisten von uns sind so um die 16, 13 bis 16 bis 17 Jahre alt ungefähr. Bei uns herrscht immer Aktivität, außer die Schule drückt mal. Wir spielen viel miteinander, viele Zone Wars, dies das und auch Customs unter uns. Wir machen viele Clan Wars mit, viele Turniere, viele Custom Games, alles mit Preis gelten, nicht immer aber trotzdem. Wir sind 15 Member, ein Cutter, zwei Mods und wir sind wirklich auf der Suche nach einem Designer, falls wir ein neues Logo brauchen. Auf jeden Fall jetzt zu den Bewerbungen, wie ihr euch bewerben könnt, ganz einfach entweder ihr postet ein Bewerbungsvideo mit Hashtag XCS auf YouTube. Das ist immer das Beste, so können wir auch wirklich schauen, wie ihr so spielt. Oder, das könnt ihr auch machen, uns eine Nachricht auf Instagram schicken, wo ihr dann euer Name, euer Wohnort und so weiter reinschreibt. Link dazu ist auf jeden Fall in der Bio. Und hier spricht auf jeden Fall der Leader des Team Excusions XCS oder durch Visa. Die meisten kennen mich schon einfach durch meine Streams und so. Ich streame fast jede Woche immer Custom Games und so mit Preisen. Ich habe 1,2k Abos. Jeder Member, der bei uns im Clan ist, hat Mods und bekommt auch Mods. Und wenn ihr dann auch wirklich aktiv aktiv ist, dann bekommt ihr auch höchstwahrscheinlich einen Push von mir natürlich. Wir posten auch alle eure Videos auf dem Clan-Channel, wenn jemand gerne mal das hätte. Und wir streamen auch auf dem Clan-Channel in Zukunft. Und ja, auf jeden Fall wird euch viel erwarten. Wir freuen uns auf jeden von euch und wir wünschen euch noch einen schönen Tag und ja, bye. Wir sehen uns auf jeden Fall.